Musik Applaus We are very honored to have you here and we plan that first we show you a bit what we are doing here and then we will ask for the blessing of our production side and maybe then you have some words for us for encouragement for the people that are working. It is longer I have eaten a beer, a beer is cutting. So, what we have prepared in here is to show you first how we do production. Very good. Yes, the tablet is going from here. From here, the plastic is from here. Swiss porti. Now, just two times. Thank you very much. Did you ask me for a blessing or? So, das ist, ich denke, in meiner eigenen Erfahrung, sehr, sehr hilfreich, dass es eine Art, ich denke, wie ein paar Jahre alt sind, eine Krankheit. Also, ich habe vollständig davon, dass das Medizin eine Potenziale ist. In einem freien Land, mit dem Ruhigen und einem starken Tradition von Forschung mit einer Öffentlichkeit und Objektivität, das ist sehr, sehr wichtig und sehr wichtig. Also, ich sehr, sehr empfehle, dass Ihr Werk, Ihr Werk, Ihr Werk, Ihr Werk. Wunderbar. Herr Morines, Sie stellen eine Frage. Ja. Sie stellen, dass es für Osten notwendig ist. Einigen fragen, ob es für Osten möglich ist, die Tibetische Medizin zu nehmen? Für die Europäische Menschen? Wir sagen, natürlich, es ist eine Medizin für alle Menschen. Ja. Sollte Sie das? Natürlich! Ich denke, dass es nicht so ist. Ich denke, dass es nicht so ist. Ich denke, dass es nicht so ist, dass Europa zu nehmen, die Tradition der Tibetan-Tabedanmen. Das ist alles.